Hallo meine Lieben, ich bin's euer Odo und wir sind zurück zu When Max Hit Road. Das letzte Mal haben wir versucht einiges über die Totems herauszufinden und haben noch ein paar Dinge gefunden, die wir mitnehmen können. Lasst uns versuchen, noch etwas rauszukommen. Es ist eine große Sturdy-Snu- Ich besser den Magnet entfernen. Mhm. Nochmal. Okay, ich glaube ich kann nichts mehr kriegen. Hm. Möglicherweise nichts mehr. Na gut. Ähm. Ich glaube nicht, dass sie das will. Ja, das glaube ich auch nicht. Sie muss der Instruktion auf dem Weg sein. Okay. Ich bin mir nicht sicher, ob wir hier noch etwas kriegen, aber ich glaube wir nicht. Hm. Hm. Ich bin ein wenig, ähm, Atemist zurzeit. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir irgendwie bei diesem Tinosaurier etwas aus den Zähnen kriegen. Ich weiß nicht wie. Wie kriegen wir da etwas? Hm. Hm. Wir haben... Es ist ein powerliger Refrigerator. Ich kann nicht diese Dinge zusammen benutzen. Ich hätte besser die Kuppe zuerst nehmen. Hast du noch versucht? Ich kann nicht diese Dinge zusammen benutzen. Hm. Hm. Ich kann nicht nur weg, wenn es nicht zu Ende ist. Das sein. Ha. Aaaaah. Yyy. Und jetzt müssen wir irgendwie wegrennen. Um das Ding zu... ... Die Sachen um, um... Ich kann diese Sachen zusammen mitnehmen. Ah... Ah-hah-hah-hah-hah-hah! Haha! Oh Gott! Wir haben einen Zahn! Bitte sag mir, dass das reicht. Für das eine Ding. Lass uns mal da drüber fahren. Ich würde ganz gerne mal schauen, ob das halbwegs Sinn macht. Huch! Wieso sind wir jetzt da wieder drinnen? Das ist nicht cool. Heißt, dass wir können hier irgendwas machen? Ohh! O, o, o... Warte mal.... Wir haben einen eispick. Wie können wir jetzt wahrscheinlich die Haare kriegen wieder? Nicht? Das ist ein Eispeak und das ist Eis. Wie kannst du das nicht zusammenverwenden? Ich kann nicht diese Dinge zusammenverwenden. Hm. Ich kann nicht diese Dinge zusammenverwenden. Hm? Noch nicht? Ich kann nicht diese Dinge zusammenverwenden. Lass sie zurück, bevor sie schlafen, Max. Gute Idee! Ich denke, sie machen eine excellente Still-Light. Okay, das heißt, wir können sie jetzt rausnehmen und rein geben. Irgendwas brauchen wir, um sie aufzumachen. Oh nein, das war ein Fehler. Nein, 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 ich will raus. I'm away. Lord, I'm tired of this dribble. Hm. Aare brauchen wir sicher wieder. Noch mal. Die jetzt auf ihm drauf sind. Ich frage mich gerade, warum ich mit dem Eispeak nicht dazukomme. Lassen Sie uns noch einmal versuchen. Vielleicht habe ich ihn verklickt oder so. Es ist ein Eispeak. Es ist ein Eispeak. Ich kann nicht diese Dinge zusammenverwenden. Es ist besser, dass wir sie tief in den Eis liegen. Konroy auf Eis. Okay, warte mal. Konroy auf Eis. Hm. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Weißt du was? Und ihn mal damit. Oder auch nicht. Okay, gehen wir nach hinten raus mal. Ich nicht? Ich bin da hinten raus, aber ich müsste da hinten raus. Das ist interessant. Ich kann nicht diese Dinge zusammen benutzen. Oh, ich bin ein Totem-Poß. Hey, Chiefie-Poo, ich denke, ich habe einen solchen Totem-Poß gefunden. Ahhhhhhhhhh. A genuine Dinosaur-Tooth. I figured it might be something like that. Did he say genuine? Ahhhh. Okay, good, good, good. So, also für das haben wir gesagt, brauchen wir das gefüllte Ding. Für das machen wir das Gemüse Ding. Was brauchen wir dafür? Dem Dings vielleicht? Das ist ein Pillow mit Haaren. Hey, Mr. Chief. Wir haben etwas gefunden, das in deinen Totem-Poß. Ja? Was ist das? Was ist das? Was? Ich muss messages schreiten. Es ist ein paar Sachen mit Haaren, die wir jetzt haben. Ich würde die Haare nicht verwenden. Ist der Ausgabe auf der Haare nicht so groß? Wir brauchen die Haare nicht. Wegen der Haare nicht. Wegen der Haaren. Wir nehmen die Haare nicht. Wir haben nur etwas gebauten. Wir haben einfach gut gekämpft. Okay. Also wir müssen uns ein paar Haare nicht verantworten. Wir haben einfach zwei Haare nicht. Nur noch diesen Tornado... Ich weiß, wir können das zumachen. Irgendwo haben wir schon mal den Hinweis gekriegt, dass wir das zumachen können, dass wir da einen Strepser kriegen. Aber wo könnten wir da einen Strepser kriegen? Ich glaube, das bräuchte ich dann in den Ding nach. Ich hol mir da einen Hint, ihr sagt nicht zu. Ähm... Ding dann. Was könnte man noch? Man kann nicht den Ball als Dings verwenden, schade eigentlich. Eigentlich. Ich kann nicht diese Dinge zusammen benutzen. Es ist ein Guide zur Operation von Makro-Hard-Maintenance-Droiden. Ah, okay. Das werden wir nicht mehr brauchen. Das kommt da runter. Also ich nehme einmal an, dass wir das nicht mehr brauchen werden. Vielleicht brauchen wir das noch. Ich bin mir gar nicht sicher, ob wir das noch brauchen werden. Weil das haben wir ja ausgetauscht... Ja, obwohl... Wir haben es nicht wirklich verwendet. Nur weil wir es ausgetauscht haben gegen den Bucket of Fish. Schwer zu sagen. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir es noch brauchen. Das Ding brauchen wir sicher auch noch, um Conrad beim Bumpers rauszubringen. Die zwei brauchen wir, um Dinge einzusammeln. Die zwei brauchen wir, um Dinge einzusammeln. Ihn brauchen wir sowieso. Und ich glaube, er ist das... Er ist das letzte. Hm. Oder das erste eigentlich. Aber wie finden wir das? Ah, es sind jetzt nur noch zwei da. Abgebildet. Sehr gut. Warte mal. Sprechen wir nochmal mit Bruno. So, Bruno. Are you just going to stand here all day? I've been out of circulation for so long. I'm happy just to be standing. Ich kann doch immer nach allen drei, äh, nach allen vier fragen. Hallo! Ach, tschüss. Entschuldigung. Obwohl wir zwei schon los sind. Hm. Über die linksste Totempole. Lass mich mal schauen. Keine Ahnung. Wir werden es uns selbst herausfinden. Ich weiß, dass ihr das gefühlt wird, zu hören. Der zweite Totempole symbolisiert ein Dinosaur. Ich wusste, dass es etwas zu tun hat. Ich wusste, dass es etwas zu tun hat. Any more ideas on this third Totempole, Bruno? Nope. In case you're interested, the fourth Totempole symbolized a batch of Miracle-Gro hair tonic. Das ist ein Relief. Wir hatten einen schweren zu finden, jemanden mit Spaghetti auf ihren Kopf. Ich werde dich sehen. Ich werde dich sehen. Ich werde dich erst sehen. Das ist eine Flasche. Mit einem Korken. Das ist eine Flasche. Zufall von Lass. Das ist eine Flasche. Zufall von Lass. Das ist ein Schöpfchen. Ich kann nicht mehr damit nutzen. Die Flasche kann nicht mehr machen. Halt John. Ich bin nicht dafür. Ich bin nicht mehr dabei. Wir müssen den Kork rauskriegen und der Eis-Pick ist nicht der richtige Weg dafür. Ich kann diese Dinge zusammen nutzen. Ich kann diese Dinge zusammen nutzen. Ich kann diese Dinge zusammen nutzen. Okay. Ich kann diese Dinge zusammen nutzen. Wir müssen den Kork rauskriegen und der Eis-Pick ist offensichtlich nicht der Weg. Vielleicht machen wir folgendes. Ich glaube nicht, dass er das will. Ich glaube nicht, dass er das will. Ich kann diese Dinge zusammen nutzen. Ich glaube nicht, dass er das will. Ich will das nicht. Ich will die Choreografie. Ich will die nicht sprechen. Ich kann diese Dinge zusammen nutzen. Ich glaube nicht, dass er das will. Ich glaube nicht, dass er das will. Ich glaube nicht, dass er das will. Ich bin fertig. 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 Jetzt heißt es, wir brauchen nur noch das Ding. Vielleicht da, wo es uns hingeführt hat. Die Frau hat uns damals zumindest gesagt... Also, schauen wir noch mal zu der Dame. Vielleicht schauen wir auch noch mal zum Onkel. Vielleicht kann uns der ja helfen. Ich könnte gehen für ein Right Side Up Cake jetzt. Es wird einfach machen, Chuck. Trust mich. Es gibt nichts anderes, du kannst uns sagen, über die Snowglobe, die du verabschiedet hast? Nur, dass ihre weiterentwickelte Existenz gefährdet mein Leben. Wir werden zurück. Nach, vorne, es ist alles gleich wie mir. Können wir den Vortex versuchen? Da können wir dann das Ding drinnen füllen wahrscheinlich... Das ist eine gute Idee. Aber vielleicht sollte ich warten, bis der Vortex läuft. Okay. Okay. Ja, okay, wir brauchen den Crocken. Wir brauchen den Korken. Ähm... Wie kriegen wir den Korken raus? Gute Frage. Wie kriegen wir den Korken raus? Hm... Gehen wir einfach rein. Achso, wir müssen das... ...hier... Du bist zurück! Und wir sind größer als eine Korkenbox. 3 Korkenboxen! Was willst du jetzt? Was hat dein Moodring gesagt? Es sagt, ich sollte dich im Prinzip vertrauen. Denn du bist ein Kind des Universums. Das finde ich gut. Kannst du wiederholen diese Sachen über Bigfoots? Sure, man. Blah, 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 blah. Ich denke, das ist alles für heute. Mach dich zu Hause. Nein! Ich bin sicher, dass da etwas interessantes drin ist. Mach dich nicht! Kein Problem! Ich weiß nicht. Ich glaube nicht, dass wir hier etwas brauchen. Irgendwie habe ich nicht das Gefühl. Okay, wir müssen da den Vortex füllen. Aber wir müssen vorher den... ...das Ding rauskriegen. Uuuuuhhhh. Aber wie kriegen wir das raus? Wie kriegen wir das da raus? Hm. Okay, meine lieben Herrschaften. Am besten... Wir machen das das nächste Mal. Weil wir haben hier schon wieder eine halbe Stunde rum. Uuuuuhhhh. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Nachmittag oder was auch immer. Bis dann. Tschüß euch. Tschüß euch. Tschüß euch. Tschüß und unsere Hearing wirken auf 3